Hier haben wir Felix. Er ist zwei bis drei Jahre alt und ist hier in der Nähe der Villa Wuf gefunden worden. Er ist ganz ein freundlicher und verschmuster. Ich glaube, er geniesst die Aufmerksamkeit des Menschen richtig. Natürlich ist er noch ganz grün hinter den Ohren. Das bedeutet, dass er noch alles lernen muss, damit er einen tollen Weg begleitet wird für die Menschen. So aufgeschlossen und freundlich wie er aber ist, gehe ich davon aus, dass er richtig Freude daran hat, um mit dem Menschen zusammen zu arbeiten, solange die Streicheleinheiten nicht zu kurz kommen. Ja, ja. Das sind die Schmuss-Berli. Eine Porsche-Rie-Klauch. Ja. 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 Also, er wird seine zukünftige Menschen definitiv sehr glücklich können. Ja? Kuck! 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 Kuck!